Mensch, habe ich genau 7k Punkte, ne, auf den Punkt. Hm, Tierdrift Stufe 30. Schauen wir mal, war ich nicht mal mit Barb drin. Oh, scheiße, die wollen mich. Oh, scheiße, ich bin schon wieder gewollt. Ja, Redkul wäre hier echt mal, ne. Holla, die Waldfee. Ich komme hier in das Scheißding rein und nach 20 Sekunden drogt schon mein CD hier. Ach so, ich habe in mein CD gelaufen. Jetzt schambe ich schon wieder in die Gegner rein. Uiuiuiuiuiui, sage ich da bloß. Und ich komme immer hier auf den Scheiß drauf. Oh, schon wieder ein Peck. Was war denn das? Hä, ich hatte volles Live? Und auf einmal gebrockt mein Ding und ich bin bei halbem Live. Also mein CD. Irgendwas haben die auf mich geschossen, das mich fast gewonnen schottet hat. Also eigentlich gewonnen schottet hat, aber... Loll, was ging denn da gerade schief? Loll, was war denn das, bitteschön? Ich habe nichts abgekriegt. Auf einmal ist mein CD gebrockt. Du weißt, was da für Viecher hattest mein... Ja, ich war volles Live. Ganz weit hinten gestanden. Die haben mich nicht mehr angehustet, die Gegner. Und auf einmal, zack. Krasse Scheiße. Aber ich habe das Achieve nicht gekriegt. Also du musst wirklich das 30er Rift schaffen, ne. Ich habe mir fast gedacht. Also ein bisschen zu einfach. Ja, aber es heißt einfach, äh, pfff, ein bisschen nicht. Ja, aber es heißt einfach, aber es wäre halt, ja, nur reingehen wäre ein bisschen langweilig. Es ist ja schon ein paar schwerere Achievements geben. Du bist lustig. Also wäre das doch für dich sonst keine Herausforderung. Ja, genau. Sonst hätten wir ja kein... Oh, Ketten und Walls und Kacke und boah, fuck. Irgendwas muss mir geben, woran du verweckst. Wenn ich das hier so sehe, will ich mir doch ein bisschen mehr Zähigkeit anschaffen. Was fällt dir früher an? Mir hat das ja schon bei Martail so gewundert, ne, dass das echt ging. Also... Ich glaube, das ist aber vom Damage-Output her sind die härter als die Viecher von Martail, oder? Ja, du, 25 ist ja im Endeffekt schon T6-Style. Also... Ja, das ist... Ja. Die Grippen auch noch, Wallen-Grippen und... Und Ketten. Ja, genau. Ich liebe das. Ich habe schon erwähnt, dass ich immer noch zu blöd bin zu lesen, was die Viecher können. Ich laufe da immer auf. Gut Glück rein. Das mache ich auch, aber ich spiele auch keinen Hardcore. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich weiß nämlich, was das leizt ist, nicht, aber ich finde, ich experimentiere lieber ein bisschen mehr rum. Ich eigentlich auch. Och, deswegen ist Hardcore eigentlich jetzt nicht unbedingt das, was ich spielen sollte, ne? Weil ich immer ein bisschen zu offensiv am Spielen bin. Na, schauen wir mal. Oh, scheiße. Zwei Packs. Schön, Eis. Oh, scheiße. Ist schon wieder mein CD geproppt. Oh, scheiße. Oh, bloß weg hier. Ne, das werde ich aber nicht schaffen. Also, so viel wie ich hier weglaufen muss. Ähm, weil mein, ähm, oh shit-Button auf Dauer-CD ist. Ist natürlich blöd. Okay. Ich bin, ich komme immer etwa auf, auf Null, beziehungsweise einen Ticken hinter der Zeit, ne? Ach, kacke. Ja, vielleicht gehst du ja gegen Ende noch hin. Man weiß ja nie, wird da vernünftige Packs kommen, also... Naja. Ja, mal gucken. Ja, aber mich schrotet hier gleich irgendwie, also irgendwie alles. Innozent ist das Problem. Also vorhin weiß ich echt nie, was mich da getroffen hat, ne? Ja, da charge ich jetzt mal nicht durch. Eis und Laser. Warum müssen das denn so kackige Dinger sein? Warum kann, kann das hier nicht mal irgendwas Vernünftiges sein? Weißt, ich, hab ich schon tolle Blacksons an, dann krieg ich hier nur so ein Mist, wo mein Blacksons relativ wenig ausrichtet gegen. Ja, du bräuchtest nur das Ammo davon quasi, ne? So ein Rift finde ich doch mal gut. Du kommst da rein, direkt steht da ein Verbindungspylon und eine halbe Million Viecher. Du meinst dieses Laserding, das hab ich auf der Bank liegen, aber dann, ähm... Das ist kein Blacksons mehr. Dann hab ich kein Blacksons mehr, richtig. Ja, das hat sich ja auch nicht gehabt für einen Vorteil. Ne, das kann es echt nicht bringen. Jetzt sterbe ich, jetzt sterbe ich. Oh! Das geht's doch gar nicht! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui schnattert da draußen irgend so eine ente sich an ob die mich auslacht ich komme hier nicht das ist halt eine kacke ich kann hier nicht offensiv alles zusammen pullen weil ich immer immer gerade so am überleben noch bin so ist wieder ausgelaufen jetzt wollen wir wieder alles zusammen boah das gibt es da nicht zwei sachen brauche ich nicht eis und laser und alle kack mobs können hier eis und laser gut voice mag ich auch nicht aber diese pfizze sieht mir das auch so schlecht vielleicht muss ich es auch nur abschließen mal gucken was wenn ich glück habe aber ich bezweifle es ja ich habe noch 29er key rumliegen zur not aber vielleicht tue ich dann vorher noch mal mein gier ein bisschen optimieren ja vielleicht ein paar sockel nur anpassen und sowas wäre vielleicht doch nicht so verkehrt und 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 da hinten sind alle zoden wunderbar na fuck ich könnte ein bisschen mehr packs gebrauchen ne 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 hier ziehen wir schön um die ecke rum auf ko sex da o Nee, jetzt ist er tot, scheiß Dreck Fuck Nein Eine Sekunde hat gefehlt Naja Ich dachte mir schon Dass es zu viel ist, aber Kannst nichts machen Muss ich mir jetzt einen neuen Ja, man sieht im Chat ja Ja Dreck 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 Dreck